Das ist doch cool. Da geh ich direkt, das fühl mich direkt alleine weiter. Ich hoffe, dass ich einen Job so habe. Online-Jobs. Jede meine Shops. Selbstmisch. Von Rockstar erstellt. Missionen. Ein Job für einen Titan. Kenn ich nicht. Also habe ich schon mal gehört, aber weiß jetzt nicht, wie sie spielt. Das ist mit dem Titan, wo du das große Flugzeug da klauen musst. Oh, ne. Ne, das ist schwer. Das scheiß behindert. Äh. Hackerangriff. Ja, so was zum Beispiel. Juhu. Dann machen wir das. Machen wir das. Müs. Müs Alexander. Sie können, ich werde sie jetzt ein in meiner Lobby. Ach ja, der Chef, ne. Der Chef. Ja, dann hat mich mal ein. Und dann... Dann machen wir die Scheiße. Keine aktive Kuhn... Ich hab mich so ein Worte gefunden. Ah. 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 Ah! Ah. Die Bauer... Die können es einfach, ne? Ah... we got a loop- Matthew. Jetzt wird der so ein anderen Dead beigetreten, aber- Mach du Jobs, du hast bessere. Bam, weg mit den Telefonzellen. Du hast bessere Jobs, mach du mal. Ich hab genau, die hast du auch, die von Rockstar alle. Banküberfall, da war ich eben drin, in den 1-Millionen-Banküberfall. Nur der war voll. Hast du den nicht? Nein, ich hab nur zwei Banküberfälle erst freigeschaltet. Oder wir machen die Lowrider. Ja, genau, lass mal den Lowridern weitermachen. Hey, du hast mich gerade Arschloch genannt? Du blöder Wichser, Alter. Ich stech dich ab, ich schwör dir. Wichser. Geiles Lied, ey. Ich bin dafür, dass du Lowrider-Stabsreife ein bisschen weiter weg bist. Hey, gegen die Banshee gefahren. Alles klar. Aber wie weit weg ist denn das? Wo ist das überhaupt? Ich bin jetzt eh da, also dauert nicht der lang. Ich bin jetzt auch da. Dann starte. Ich muss erst noch reinparken. Och, Junge, du musst in den Haus so gut gehen. So. Was, ich bin doch schon drin in der Scheiß-Mission. Dann starte. Draht mich ein. In der Scheiß-Mission. Ich bin schon längst. Du mit deinem Banshee, Alter. So, komm, schnell einladen. Den Wichser da. Wo ist denn dieser Hohensohn? Ah, da ist ja dieser Spasti, den man nicht einladen kann. Nein, ich kann dich nicht einladen. Die Sitzung ist schon voll. Jetzt im Ernst? Ja. Nee, ich kann dich nicht einladen. Ist wieder verpackt. Dann geh raus. Oder ist sie jetzt voll oder nicht? Nee, noch einer ist frei, aber ich kann dich trotzdem nicht einladen. Warte, ich drehe dir bei. Jetzt ist es voll. Oh. Und jetzt halt auch schon gestartet. Och, Mann. Dann kannst du doch rausgehen. Nee, jetzt nicht mehr. Ah, das passt schon. Das machen wir jetzt. Ich brauche nämlich auch noch Geld, weil ich noch richtig viel vorhabe. Weil ich will noch die Minigarn haben. Will ja Level 8000 erreichen. Vorher höre ich ja nicht auf mit GTA. Doch, ich mache ohne Witz. Ich mache so lange, dass ich Level 8000 habe. Oh, fuck, ich habe nur drei Minuten. Oh, ich sehe. Die Low-Wider-Mucke ist voll geil. Sogar wenn man gar kein Radio anhat, ist die Musik voll geil. Boah, dann starte ich auf, Low-Wider. Ach, wir müssen ja überall einig aus sein. Wir müssen überall einig aus sein. Es fackt ab. Oh, es fackt nicht ab. Endlich kann man mal das Ganze spielen. Ich freue mich nämlich schon. Das habe ich den noch nie gespielt. Oh, nee. Stopp. Nein. Wehe, der rast jetzt rein, der Vollidiot. Ey, wehe. Hey, du Angst. Ey, wie dumm kann man nur sein? Weißt du, da rein zu rasen? Du musst so tief sein anschreien. Ey, ganz ehrlich, so Leute, kann man doch nur anschreien. Guck mal, richtig inkompetent ist der. Bleib stehen. Weißt du, da rein. Okay, das ist uns vor allem, vor allem. Das Quadratik. Wir haben alle Bete. Wir haben alle Bete. Komm schon, steig ein, steig ein, steig doch ein, steig ein, du blöder Wichser, ey, wehe, der ist jetzt AFK, alter, wirst du mich verarschen, steig doch ein, ey, ich glaub, der ist AFK, ah, der ist offline, was ist das denn für ein Idiot, steig ein, alter, wie ich solche Vollidioten hasse, ne, die in einer Mission, äh, offline gehen, schau, der war gerade mal kacken oder so, weißt du, der hat jetzt nach 40 Sekunden verschwendet, aber das ist ne Zeitmission nämlich, weißt du, spielst du gerade auch die Mission? Ja, weh, die Zeit reicht jetzt nicht, wegen diesem kleinen, inkompetenten Bastard, der ist gestimmt jetzt am Lachen so, hihihi, bin ich stehengeklieben, wie der die Türen alle aufmacht, weißt du, ne, ihr müsst weiterfahren, ihr blöden Vollidioten, die Zeit wird niemals reichen, so, einer von den Wichsern ist schon mal kaputt, ich will doch, ey, er ist tot, er ist tot, und es ist neustart, ey, wie muss solche Vollidioten abfacken, so, so ein richtig unfähiges Team ist das, was ich hier wieder hab, ich hoffe, du hast, willst, ein besseres Team, so ein richtiger Vollidiot, ich hoffe, wie weit bist du jetzt, bist du schon bei den Motorrädern? Wir fahren, wir fahren gerade von neu an, aber warst du schon bei den Motorrädern, oder seid ihr schon in der Grove Street perfekt? Oh, jetzt müssen wir wieder, Alter, ich fahre alleine, oder muss, ne, ich muss bei denen die Karre leider einsteigen, ey, ich würd so gerne lieber alleine fahren, ne, ohne diese ganzen Mongos, wir gehen doch mal mit Traulik, ah, nein, keine Ahnung, mit I-Kaulänger-X drücken, ja, so richtig inkompetente Vollidioten, so, ich hoffe, das ging jetzt hin, hier, komm, komm, ich pf! Ich spiel jetzt hier, ich pf! Ich lege nicht sehr, ich pf! ... Ja, Gott sei, habe ich zumindest mal den Mikroamp, hier! Und hier, ausgewählt! Ja, fahr doch gegen den Scheitz-Schrohmast, alter, was für... Ey! So was, sowas regt mich auf, ne? So unnötige Vollidioten! Ah, du bist mal weg. Du bist schon mal Geschichte, so. Ey. Du bist gestorben, weißt du? Die fahren auch immer so direkt in die Masse rein. Da kann man auch nur sterben. Steil doch rein, du Arsch. Man muss immer vorsichtig an die Sache rangehen. Aber nein, die knallen da sofort rein wie sonst was. Ey, so was Unbrauchbares einfach nur. Steil doch rein. Nimm die Hand an die Scheißtür und mach die Tür zu. Jetzt sind wir bei den Motorrädern. Ja, pass auf, das Chef. Ey. Ist der doof. Der hat doch jetzt schon zweimal den Weg gefahren. Und fällt jetzt dran vorbei. Ich könnte so ausrasten. Steil vorhin, du Arsch. Der hat halt nicht auf die Presse. Ach, komm, steil doch an. Mann. Mann. Mann, die viele Scharreinrost sind die Wichser, ne? Und ich krieg die einfach nicht tot. Ja, gestimmt jetzt wieder. Mann. Merk mich. Er ist schon wieder tot. Schon wieder bei Sobe. Er ist so ein...